so wie heute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute einmal ein thema das thema ich wollte bisschen was ansprechen kurz mal und zwar da die most wanted videos eigentlich ziemlich gut ankommen habe ich da jetzt auch öfters welche aus und ja zombie werde ich wahrscheinlich wenn so machen dass ich das mal mit kumpels aufnehmen und dass man da jetzt dann meine challenge oder so machen so first room challenge oder so oder nur mit pistol überleben oder und jagger oder irgend so was sagt er schreibt es in die kommentare was für eine challenge am liebsten sehen wollt und dann gibt es noch was und zwar ab da habe ich mir jetzt die app geholt call of duty advance warfare app und ja habe ich mir gegönnt einfach mal die app ist kostenlos natürlich kann es jeder von euch downloaden und jeder der von mir von euch in meinen clan mit will kann sein gamertag in die kommentare schreiben und dann hätte ich ihn da oder tue ich ihn mit in die in den klaren mit rein das geht da man kann da einen dann irgendwie einladen anscheinend zum klaren einfach gleich von der app aus also holt euch auch die app macht euch dann account und dann kann ich euch da einladen in den klaren also auf jeden fall sinnvoll eigentlich finde ich und ich habe vorher gesehen leute bei mir dass da dran steht also wird so zu sein dass man auf mein laufwege video auf mein allererstes laufige video leute 400 aufrufe haben das ist wirklich abartig wie das video irgendwie eskaliert ich habe keine ahnung weshalb wieso und die anderen gehen auch eigentlich gut ab haben auch 100 aufrufe oder so hat auch ein anderes noch aber das erste auf comeback alter hat 400 aufrufe das muss schon was heißen alter ich weiß nicht haben so viele leute auf der map irgendwie probleme oder keine ahnung also das video geht auf jeden fall gut ab ich schaue gerade jetzt auch mal noch mal wie es denn momentan wirklich aussieht aber most wanted kommt echt gut an finde ich sieben daumen hoch bis jetzt momentaner stand wer sich das video noch nicht angeschaut hat sollte es tun der sollte da mal vorbeischauen beim most wanted video bei meinem letzten video also das gefällt anscheinend wirklich vielen und ja auf ein laufiges video auf comeback 400 aufrufe leute wirklich tatsächlich echt krass man und ja das kriegt irgendwie wöchentlich auch immer noch 30 aufrufe oder so zu dazu sehr echt abartig leute wirklich danke danke für den support support von euch heute richtig rein ich freue mich da einfach übelst drüber wenn wir auf und die videos wenn ich da kommentare liest gutes video und so weiter und die daumen nach oben wenn die immer so regelmäßig kommen sehe ich einfach alter die ich unterhalte die leute die haben bock dass ich die videos macht und so weiter also wirklich danke leute danke sehr vielen dank und ja ich denke ich muss auch mal wieder ein awm gameplay bringen weil noch mit ihnen wieder oder live commentary habe ich schon lange nicht mehr gebracht das ist heftig wie lange ich schon kein live commentary mehr gebracht habe ja das sollte mal wieder machen finde ich hier habe um mit aw zock ich zurzeit irgendwie nicht mehr so dafür aber wieder gta da wird auch mal noch ein video kommen und das wird richtig chillig habe ich letzten bei einem youtuber gesehen und das video war einfach ich fand irgendwie geil deshalb mache ich so eins auch und ja gta video wird noch kommen advance warfare zombie also leute könnt euch auf was freuen most want wird ja auch noch kommen wieder natürlich und ja mal kürze ankündigung oder was auch immer wie man es nennen soll war das jetzt hier holt euch die app und dann kann man kann ich euch in den clan einladen und dann wird es kann ich mal mit abonnenten noch mehr zocken es wird chillig und wie ihr schon mitbekommen habt habe ich jetzt auch ein auto ich finde es eigentlich richtig nice so die mocke passt alles und ja wenn euch das ganze video gefallen hat lassen daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ciao leute